Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Rockies Legacy oder Creed 3. In diesem Film hat unser Adonis so langsam nicht mehr so Lust aktiv selber zu boxen und möchte seine Handschuhe an den Nagel hängen. Er macht doch mal einen Kampf und möchte sich dann vom aktiven Geschehen zurückziehen, was er dann auch soweit macht. Und er ist im Gym weiter aktiv, ist hier und da, macht ein paar Sachen klar und hilft den einen und hilft den anderen da so ein bisschen. Und ja, zu Hause ist natürlich jetzt auch seine Tochter groß geworden und auch Bianca, die ist auch so langsam. Ja, ihr Gehör wird natürlich auch nicht besser und ja, er ist an allen Fronten irgendwie so ein bisschen beschäftigt, aber er schlägt sich da irgendwie so durch. Dann eines Tages kommt ein alter Bekannter, Damien, gespielt von Jonathan Majors, ihn besuchen. Er war, die kennen sich schon von klein auf und Damien ist halt in den Knast gelandet, als es da eine Brügelei zwischen Adonis und einen Typen aus dem Pflegeheim kam. Und ja, weil dann hinterher noch die Kollegen von dem Pflegeheim kamen, hat dann Damien halt eine Wasserwaffe gezogen. Die Bullen kamen und somit landete er in den Knast und zwar für ganze 18 Jahre lang. Adonis natürlich, klar, kein Problem, Buddy, wir sind immer noch Bros, ich helfe dir, dies, das und so. Komm doch mal ins Gym und ja, das Einzige, was eigentlich Damien vorhat, ist an Kämpfe dran zu kommen und nicht irgendwelche Aufwärmkämpfe oder so. Nein, der will sofort ums große Gold kämpfen, der will sofort richtig Action-Ramba-Zamba haben. Und nach kurzer Zeit macht er daraus auch kein Geheimnis, denn der eigentliche Kämpfer für das Gold ausfällt, nimmt dann Damien den Platz ein und ja, gewinnt tatsächlich den Kampf und damit schon mal einen Gürtel. Aber das sollte nur der Anfang seiner weiteren Boxkarriere sein, sagen wir es mal so. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir extra nochmal gestern und vorgestern Creed 1 und 2 angeguckt, weil ich, äh, ich kenne zwar die alten Rocky-Filme, Rocky Balboa, den muss ich mir echt auch nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, in dem Fall kann ich mich da jetzt nicht so dran erinnern, aber ich habe mir jetzt Creed 1 und 2 nochmal angeguckt und ich fand die Filme schon gut. Ich fand die Filme richtig stark und ja, dieses Mal tut Michael B. Jordan auch Regie führen und Jonas Majors, also bei Ant-Man und The Wars Quantumania war das ja schon geil. Wie er da als Kank, da, ähm, er als den coolen Typen, netten Typen spielt und dann zum absoluten Zerstörer mutiert ist. Und sowas ähnliches haben wir hier auch, der kann echt diese guten, äh, diese Rolle switchen zwischen den coolen Buddy-Typen und dann zum richtigen Arschloch. Das kann der richtig gut switchen. Also, das ist schauspielerisch richtig gut gemacht, also, das hat der echt drauf. Und man sollte Jonas Majors den nächst generell häufiger auf dem Zettel haben. Also, der Typ ist ein echt guter Schauspieler, ein echt gutes Talent, also, den muss man in verschiedenen Filmen demnächst reinpacken und auf jeden Fall seine Karriere weiter pushen. Denn, der hat's verdient, der ist richtig gut und ihn zu sehen, macht richtig Spaß. Vor allem, wenn er diese Rollen switchen muss, das ist super. Und, ähm, ja, auch so, die anderen sind auch wieder richtig gut dabei, ähm, Tessa Thompson und so, das sind auch alles hochkarätige Schauspieler. Da braucht man auch nichts mehr zu sagen. Auch den ein oder anderen Gastauftritt von den Leuten aus, ähm, gegen den, äh, Creed in den ersten beiden Creed-Filmen geboxt hat, gibt's da auch schon mal das ein oder andere Mal. Und wir sehen auch schon mal so noch ein paar alte Gesichter, außer Stallone, der ist dieses Mal nicht dabei. So kann man den Film zusammenfassen und der Film, also, ich muss sagen, der Film ist auch, ähm, der letzte Boxkampf, der ist auch so ein bisschen kurz, finde ich. Also, da fand ich die bei den anderen Filmen deutlich länger, aber da fand ich den, äh, letzten Boxkampf ein bisschen kurz. Aber, okay, kann man ja mal machen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sag ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, der Film ist der absolute Hammer. Der Film hat eine richtig gute Story, in die man sich super toll hineinversetzen kann. Man hat wirklich es geschafft, selbst in einem dritten Teil nochmal eine frische Story reinzupacken, mit frischen Gesichtern. Und, ähm, trotzdem den Bezug zu den ersten beiden Creed Filmen und zu den Rocky Filmen nicht zu verlieren. Und echt super. Also, ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich war wirklich drin in dem Film. Ich hatte wirklich jede Sekunde genossen. Wollte unbedingt weiter wissen, wie es weitergeht. Und, ja. Also, nochmal ein Tipp an alle Regisseure, Filmproduzenten, Filmemacher etc. Wenn ihr irgendwie eine Rolle habt, die irgendwie in diese Richtung geht, bucht Jonathan Majors. Also, auf jeden Fall ganz großes Respekt an den. Das ist ein richtig guter Schauspieler. Welche Bewertung gebe ich dem Film? Es ist wirklich schwer. Wie gesagt, der letzte Kampf fand ich echt ein bisschen kurz. Aber, es war wirklich nicht schlimm. Aber, es hat mich ein bisschen gestört. Aber, ich gebe dem Film zwischen 4 und 5 Totenköpfen. Das ist wirklich ein fairer Deal. Da passt der Film hundertprozentig rein. Weil, schauspielerisch war es von allen wieder eine Top-Leistung. Die Story war gut. Die Dramatik war gut. Das Erzähltempo war super. Aber, also, das hat mir alles hundertprozentig soweit gefallen. Ja, das war die Filmbewertung von Creed 3 Rockies Legacy. Wenn euch gefällt, was ich mache, gebt den Abo-Button mal einen Klick. Und auch den Like-Button. Der kann es auch gebrauchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.